News, 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 von gestern. Es hat bei solchen Demo-Bildern schöne Forderungen. Melon, wer kann da dagegen sein? Oder auch sehr gute Fragen hier. Würdest du gerne demonstrieren? Ja, die Black Lives Matter, die habe ich sehr gut gefunden. Ich finde, die jungen Klima-Demos machen sie wirklich sehr gut. Hey, ich habe hier Demos aus den letzten 60 Jahren, sagen wir mal. Du könntest mir nicht sagen, gegen oder für was hier demonstriert wird. Ich finde, das ist das kleine 1x1 vom Demo-Raten, das müsstest du schon wissen. Also gut. Ah, ja.